Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Speichern wir erstmal Wieso tornt er jetzt auch schon wieder hier rum? Subkutane Impfpistole, Sensor Was haben wir hier? Ah, eine Kiste, Schrottes Mann So, die ist verschlossen, war ja auch rot Auch rot Oh, da hängt was Ah, Elektroschocker Wen können wir denn damit vertreiben? Das war laut Elektroschocker eingesammelt Oh, jetzt ist die Tür sogar aufgegangen Sprengkapsel Ethanol Ah, schon wieder voll Verdammt Welche Taste ist denn der Elektroschocker? Auf 5 Der verbrauchte Energie? Wahrscheinlich Aber ich glaube nicht, dass sich das Alien damit piksen kann Ähm, was machen wir mal mit dem Ethanol? Was machen wir mal mit dem Ethanol? Rauchgranate Baue ich mal eine Und dann Einmal Ethanol Und dann Sammle ich das ein Kann die Tür hier mal bitte zugehen? Schrott Auf Terminal zugreifen Savastolink Privat Frank Ich muss mit dir reden Ich habe hier eine Leiche, die zu Marshall-Fall gehört Weiblich Ende 30 Brustwunde Oh oh Ich habe keine Ahnung, wie lange Marshall Waits sie da oben behalten will Aber es ist eine ziemlich heikle Situation Ich werde Ihre Diskretion benötigen Und ich werde auch Ihr Vertrauen in diese Angelegenheit brauchen Kommen Sie in mein Büro Lingard Medizinische Offizierin Umweltkontrolle Frank Ihre Bedenken bezüglich der Schließung von San Cristobal Wurden notiert Ich versichere Ihnen jedoch Dass die Evakuierung hundertprozentig nötig und nur vorübergehend ist Meine Priorität ist das Wohlgehen der Lebenden Sie scheinen sich mehr um die Toten zu kümmern Wenn Sie sich um Energieschwankungen Die Temperatur in der Leichenhalle und den Zustand der Leichen sorgen Passen Sie das Kühlsystem an Verschwinden Sie einfach so schnell wie möglich Lingard Ja, hm Beigegeben Audio Auch nix Mensch, nie Audio Immer muss ich diese Scheiße lesen Zubehör Kühlsystem aktivieren Ähm Warnung Wasser Stoffzylindereinheit U6 nicht gefunden Das ist nicht mein Ziel Dann mache ich das auch nicht, oder? Kühlmittel aktivieren Kühlmittel Ah ja, da fehlt er Gesperrt Ja, nee Dann mache ich da auch nix Dann mache ich da auch nix Scheiße Geh weg Verdammt Hier gibt es keinen Ausweg Finden Sie ein Medikit Finden Sie ein Medikit In diesem Bereich hier? Wollt ihr mich irgendwie nur beschäftigen? Ist hier ein Medikit? Okay, Friedrich Geh bloß weg Ich geh mal auf die Leichen hier rum Medikit Medikit Ah, Scheiße Ich dachte, ich habe den Elektroschocker ausgewählt Blödes Mistvieh Okay, aber viel haben wir ja nicht gemacht Sensor-Leuchtfackel-Inventar ist voll Tür verschlossen Ich soll ein Medikit finden Sprengkapsel habe ich gefunden Es ist oben Hol ich mir nochmal den Elektroschocker? So Ethanol-Inventar voll Da hatten wir ja Was brauche ich denn dafür? Kein Ethanol Rohrbombe Rohrbombe brauche ich Ethanol Dann nehme ich da mal ein bisschen Ethanol So Dann gehen wir hier nochmal kurz ran Obwohl, ist ja kackegal Hier war ja nix Wir haben ja nix Kühlsystem Ups Na, was auch immer Inventar ist voll Es ist nur Schrott Schrott Gibt es immer zur Genüge Ich mach den mal an Ich mach den mal an Den mach ich nicht Jetzt ist die Tür grün Die Tür ist grün Ist er oben? Ha Hätte ich das eben doch mal machen sollen So Gibt es hier in der Leichenkammer Etwa ein Medikit Oh Zombiehausen Zombiehausen Ach Einsammeln So Jetzt haben wir den Letzten Der zum Kühlen gefehlt hat Dann können wir das andere Teil auch kühlen So Friedrich ist in der Nähe Gehen wir wieder hier rein Kühlmittel einführen Und aktivieren Verstecken So ist es Die Tür nehme ich auch grün So Hier ist ein bisschen weniger los Hm Dann gucken wir mal Ob wir diese Dinger Errungenschaft Freigeschaltet Unter Strom stehen Ja Ich stehe auch unter Strom Luftreinigung Schachtzugang Ich geh nochmal raus Hier Was für ein Schachtzugang Was für ein Schachtzugang Ist hier ein Schachtzugang Ne Hier kann ich nichts machen Das ist ja merkwürdig Habe ich was übersehen Hallo Ja dann gucken wir mal Luftreinigung Achso Aus Schachtzugang Samuels Da ist eine Dr. Lingard Leitende medizinische Offizierin In ihrem Büro Sollten sie herausfinden können Wo hier alles gelagert wird Viel Glück Replay Behalten Sie sich Ach Das war ein Schacht Gut Dann haben wir das ja richtig gemacht Dann gucken wir mal San Cristobal Krankenstation Sind wir Wartung Und Leichenhalle Durchsuchen Sie Lingards Büro Nach Informationen Ziel Erkunden Sie Die San Cristobal Krankenstation Taylor ist verletzt Bla 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 Lingards Büro Ist am Arsch der Welt Aber hier haben wir alles Hier gehen wir wieder Zum Fahrstuhl Speichern wir erst So gespeichert Und Wäsch hier